Die Vergangenheit spielt keine Rolle. Und genauso spielt die Zukunft eine Rolle. Was spielt denn für sie eine Rolle? Was spielt denn für sie eine Rolle? Was spielt die Zukunft eine Rolle? Die Vergangenheit spielt keine Rolle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017